Guten Morgen, jetzt ist der Rechner. Ich muss mal kurz wieder anschalten. Genau, ich werde heute was zum Thema Virtuality erzählen und allgemein dachte ich, dass es, bevor wir jetzt mal ganz in die Zukunft gucken, gehen wir erstmal zurück in die Vergangenheit, weil gerade da lässt sich sehr viel lernen und hier geht es ja auch sehr um den Bereich Bildung und Medienbildung. Und ich habe mal hier eine Zeichnung mitgebracht. 1879, das ist das Älteste, was uns so bekannt ist, was im Bereich der bewegten Bilder sind. Es gab bestimmt auch schon vorher so Leute, die irgendwas gemalt haben, aber da ist nicht so viel von erhalten. Und was man gemacht hatte, man hatte einfach auf so eine Scheibe ein Pferd im Galoppieren gemalt und wenn man die Scheibe gedreht hat, dann haben sich diese Bilder bewegt. Und gar nicht kurze Zeit später, nämlich schon 1888, gibt es den bisher ältesten erhaltenen Filmausschnitt. Ich kann den mal ganz kurz starten. Sehr gut aufpassen, es ist sehr kurz. Das ist sozusagen die große Filmgeschichte und die Geschichte der bewegten Bilder und auch damit der virtuellen oder der aufgezeichneten Realitäten. Und was halt sehr auffällig ist, ist, dass bei der Entstehung von Film als allererstes sich erst mal auf dokumentarische Themen konzentriert wurde. Man hat das aufgenommen, was man kennt, man hat sozusagen sein eigenes Leben aufgenommen und hat sich noch nicht so richtig Gedanken gemacht, wie kann ich dieses Medium jetzt benutzen, um neue Geschichten zu erzählen. Das geht weiter. 1900 war dann der erste große Spielfilm, also Spielfilm, der rauskam, der ging zwei Stunden. Es war ein Dokumentarfilm und interessanterweise auch hier, es war ein Propagandafilm, es war ein Film, der Werbung für das Militär gemacht hat. Also auch dort hatte dieses neu entstehende Medium erst mal eine Wirkungsweise, die darauf hin zielte, ja, etwas zu verkaufen. Dann kamen wesentlich künstlerische Projekte und hier sieht man zum Beispiel schon, dass man auch dort versucht hat, das Theater sehr stark abzufilmen. Also wenn man sich so ein bisschen mit der alten Filmgeschichte beschäftigt, wird man feststellen, dass man sehr lange das gemacht hat, was man kannte, nämlich Theater. Das gab es ja schon als Medium lange bevor. Und dass man dann einfach nur die Kamera aufgestellt hat und sich überlegt hat, okay, jetzt nehme ich das auf. Man hat aber nicht so wirklich sich Gedanken gemacht, wie kann ich dieses neue, damals super innovative, zukunftsweisende Medium nutzen, um ganz neue Geschichten zu erzählen, auf ganz neuen Arten und Weisen. Und warum kann das eigentlich was ganz spezielles, ein spezielles Medium sein? Wer sich so ein bisschen, also wer sich mit dem Thema Film, Kamera, Film als Kunst beschäftigt, dem kann ich nur dieses Buch empfehlen von 1932 von Rudolf Arnheim. Und das war so der erste wirkliche Durchbruch von, wo jemand mal wirklich zusammengefasst hat, was ist eigentlich das Besondere an dem Medium Film, was macht es so speziell und was ist eigentlich das, was es unterscheidet von diesen ganzen anderen Kunstformen wie Bildhauerei, Malerei, Theater und was es da sonst noch so gibt. Und er hatte fünf verschiedene Aspekte aufgeführt, die für ihn damals das sind, was das Medium Film ausmacht als Kunst. Und das eine war, dass die reale Welt, die dreidimensionale Welt, die wir erleben, in eine zweidimensionale Welt gesteckt wird und dadurch ist Ausschnitte zeigt, die wiederum künstlerisch künstlerisch couragiert sind und dadurch entsteht die Kunst. Das zweite war von ihm, dass er gesagt hat, das Bild, das wird gesetzt. Man kann nicht wie in der realen Welt alles sehen, sondern man sieht nur ein Bildausschnitt und dadurch, dass dieser Ausschnitt gewählt wird, entsteht das Kunstwerk. Dann hatte er weitere, hat er damals schwarz-weiß als einziges künstlerisches Medium angesehen und gesagt, dadurch, dass die Farbe im Feld, haben wir Kunst und dadurch, dass wir nicht in natürlichem Licht arbeiten, sondern im künstlichen Licht, entsteht das Kunstwerk. Als viertes war es noch, dass er sich Gedanken um den Schnitt gemacht hat, wie der Schnitt, dass die reale Zeit, das reale Leben verändert wird, gerafft wird, gestrafft wird oder auch mal verlängert wird und dadurch ein Kunstwerk entsteht. Und dann hat er noch gesagt, Sound, also er war absolut gegen Sound. Es kam ja in den 30ern dann der Tonfilm auf, das war ihm sehr zuwider und hat gesagt, dadurch, dass es keinen Sound gibt, keinen Geschmack, keinen Geruch und keinen Tastsinn, darum ist Film ein Kunstmedium, ein eigenständiges Kunstmedium. Nun wissen wir ja wirklich, dass er nicht überall recht hatte, weil wir haben solche Filme, zum Beispiel wie Eraserhead, der bestimmt ohne Sound absolut kein Kunstwerk so in diesem Maße wäre und der es wirklich geschafft hat, trotz Sound ein unwahrscheinlich fortschreitendes, innovatives Kunstwerk zu sein. Oder Apocalypse Now, wo ich mir das gar nicht in schwarz-weiß vorstellen mag, sondern die Farbe eigentlich das ist, was diesen Film auch ausmacht und die Geschichtenerzählung unterstützt. Und jetzt komme ich zurück zu dem Thema VR, weil gerade das ist das ein neues Thema, ein neues aufkommendes Medium mit neuen Technologien und wir stehen wieder an dieser Frage, was macht VR denn so besonders? Was ist daran das Besondere des Mediums, das Künstlerische? Und wenn ich jetzt mal seine Theorien durchgehe, dann fällt mir auf, okay, also bei VR möchte ich gar nicht die 3D-Welt wieder in eine 2D-Welt packen, sondern genau das Gegenteil, ich möchte diese 3D-Welt erlebbar machen, findet also nicht statt. Das nächste ist, das Bild wird geframed, habe ich in VR gar nicht. Wenn ich so eine Brille auf habe, dann kann ich mich umgucken, ich habe kein geframed Bild, fällt weg. Schwarz-Weiß kann man machen, gibt es auch ein paar Beispiele, aber gerade in der virtuellen Welt möchte ich ja so eine sehr starke Immersion haben und die erreiche ich ja überwiegend auch dadurch, dass ich die farbenfrohe bunte Welt darstelle, wie ich sie gerne hätte. Künstliches Licht ist auch so ein Thema, benutzt man ja, ist aber auch schwierig, also wenn man zum Beispiel ein 360-Grad-Video erstellt, kann man keine Lampen ins Bild stellen, sondern die müssen da natürlich sein, damit man sie nicht erkennt und sieht. Man ist eigentlich genau entgegengesetzt, versucht sehr sehr natürlich zu leuchten, sodass alle Lichtquellen natürlich erzählt sind. Schnitt, auch das ist möglich, aber auch nicht das, was besonders gut funktioniert in VR, weil gerade dieser Schnitt etwas sich oft sehr komisch anfühlt und ein bisschen deplatziert wirkt. Und dann Sound ist ein ganz, ganz großes Thema bei VR, 3D-Sound, man will eine super realistische Darstellung haben und wenn man sich ein bisschen in der Forschung umguckt, dann geht es gerade auch sehr Geschmack, Geruch und Tastsinn, eigentlich alles das, was man sehr gerne haben will. So, und wenn wir uns das angucken, dann bleibt nichts mehr übrig von dem, was Arnheim mal als Kunst definiert hat, im Film. Und dann merkt man auch, dass VR wirklich ein neues Medium ist und nicht nur ein anderes Anzeigegerät für traditionellen Filmen, sondern es ist ein neues Medium, was völlig neue Strategien braucht, um Geschichten zu erzählen und selbst wiederum als ein eigenständiges, ein kraftvolles Medium wahrgenommen zu werden. Und für mich, das ist jetzt auch ein bisschen meine Meinung, ist das eins der größten oder das, was das Medium VR ausmacht, Interaktion. Denn das ist es das, was es sonst im Film zum Beispiel nicht gibt. Es gab Experimente auch im Film mit Interaktiven, es gab Kinos, in denen man dann Umfragen gemacht hat, aber am Ende mussten dann doch wieder alle denselben Film gucken und dann wurde nur abgestimmt. In VR habe ich ein ganz persönliches Erlebnis, nur mit mir selbst. Und genau dort liegt die Stärke, weil genau deshalb kann dieses Medium genau mir das geben, was ich in dem Moment gerne haben möchte oder haben oder so entscheiden kann. Und wir haben natürlich einmal das Umschauen in VR, was definitiv per se interaktiv ist. Es gibt einen großen Streit um das Thema. Ist VR interaktiv oder nicht? Also 360 Grad Video, wenn es linear abgespielt ist. Es ist in gewisser Hinsicht interaktiv, aber natürlich ist es nur ein ganz kleiner Teil und die Stärken von VR liegen dem viel mehr in mehr Interaktion. Was wir gemacht haben, um uns ein bisschen anzunähern, war, wir haben versucht, ein interaktives 360 Grad Video zu machen. Es gibt ja jetzt relativ viele 360 Grad Dokumentation und Filme. Und die meisten davon sind noch sehr linear. Also bis auf, dass man sich umgucken kann, passiert da nichts mit Interaktion oder ich kann da nicht sagen, das und das möchte ich so und so haben. Und das fand ich sehr schade, deswegen haben wir damit rum experimentiert und haben eine Geschichte geschrieben, die über einen Geschichtsbaum erzählt wird. Das heißt, es ist ein Krimi, aber es ist interaktiv. Man kann selbst an der Leiche stellen und kann stehen und sagen, ich möchte in die Richtung gehen, ich möchte in die Richtung gehen oder ich möchte in die Richtung gehen. Und es gibt verschiedene Enden, man kann den Fall auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann merkt man auch, was das eigentlich bedeutet, interaktiv zu erzählen im Vergleich zu linear. Weil wenn ich hier zum Beispiel einen Zehn-Minuten-Film hätte mit irgendwie acht, neun Clips, dann habe ich auf einmal, wenn ich interaktiv anfange zu erzählen, 20, 30, 40 Clips. Das heißt, der Umfang dieses zu erstellen ist so gewaltig groß, es müssen so viele Dinge bedacht werden. Und trotzdem ist es aber auch ganz spannend, weil es macht auch Spaß, das noch ein zweites und drittes und viertes Mal zu gucken, weil man immer wieder neue Dinge entdecken kann. Was wir uns überlegt haben, es geht ja immer so um das Eingabemedium, wir haben das halt für das Handy entwickelt. Wir haben so Interaktions-Point, ein Bild gesetzt, wie man zum Beispiel in der Mitte sieht. Und man kann dann in die Richtung gucken, in der man gerne möchte, dass die Geschichte weitererzählt wird. Nun ist es so, dass wir das gemacht haben und es auch funktioniert. Aber 360-Grad-Video bleibt ja ein Video, das heißt, es ist nicht wirklich interaktiv so einfach handelbar. Es gibt dort Sprünge und es gibt noch ganz viele andere Probleme bei VR. Nämlich, finde ich, ein großes Problem bisher, dass es überwiegend stattfindet, während man vor dem Computer sitzt, was absolut eigentlich nicht natürlich ist. Warum soll ich mich in einer virtuellen Welt bewegen und gleichzeitig irgendwie vor dem Computer mit dem Gamepad sitzen? Das ist das eine große Problem. Und das andere ist, das hatte ich eben schon mal angesprochen, Video ist relativ einfach herzustellen. Wenn ich allerdings digitale Welten kreieren möchte und besonders digitale Menschen kreieren möchte, dann wird es sehr, sehr, sehr aufwendig, um auch nur ein annäherndes, fotorealistisches Ergebnis zu erzeugen. Und selbst das, also selbst wenn ich ganz viel Geld ausgebe, ist es trotzdem immer noch sichtbar als nicht echt. Und deswegen haben wir das Projekt Holodeck entwickelt. Das haben wir zusammen mit dem ZDF Heute-Journal gemacht und gefördert vom Medieninnovationszentrum Potsdam-Babelsberg und haben dort ein System entwickelt, bei dem wir unseren Raum kreiert haben, der ungefähr vier mal vier Meter groß ist, in dem ich umherlaufen kann in dieser virtuellen Welt und getrackt werde und mich völlig frei bewegen kann. Ich kann dort interagieren, ich kann mich hinsetzen, ich bin also völlig frei in dieser Bewegung. Das ist das eine. Und das andere, wir haben angefangen uns zu überlegen, wie kann ich eigentlich dreidimensional filmen. Und ich meine jetzt nicht stereoskopisch dreidimensional, sondern wirklich so, dass ich einen Schauspieler habe und er von allen Seiten aufgenommen wird, ich später in dem virtuellen Raum, während er seine Performance abliefert, um ihn herumlaufen kann. Denn die nächsten 20 Jahre wird sich der Rundfunk keine Motion-Capturing-3D-Animationen für Tagesschau-Reporter leisten können. Also es wird andere Möglichkeiten geben müssen. Das Ganze haben wir auf der Republika zum ersten Mal präsentiert, so als ersten Prototyp. Und wie man hier sieht, es gab halt diese große Fläche und in der konnte man umherlaufen und war in der virtuellen Welt. Und als Demo haben wir jetzt, so als Forschungsergebnis-Demo haben wir halt eine ZDF-Heute-Plus-Sendung gemacht, oder eine ZDF-Heute-Sendung mit Eva-Maria Lemke und haben mit ihrem Greenscreen-Studio gedreht. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben Tiefenkameras benutzt, um 3D-Objekte zu rekonstruieren. Also das, was man dort sieht links, ist eine 4K-Kamera, gekoppelt mit einer Tiefenkamera. Eine Tiefenkamera nimmt auf, wie weit bin ich von dem Objektiv entfernt, und zwar millimetergenau. So, dass ich später ein 3D-Objekt erhalte, auf das ich dann das Bild von der 4K-Kamera mappe und drauf projiziere. Das Ganze ist erstmal nur von einer Seite, denn das von verschiedenen Seiten zu machen, ist ein ganz, ganz großes noch Thema, auch in der Computer Vision. Da geht es um sehr viele Algorithmen und viel Mathematik. Und wir haben erstmal geguckt, was kann man damit denn überhaupt so machen und wie kann man anfangen. Das Ganze haben wir dann noch mit einer Schauspielerin gemacht, weil wir haben uns überlegt, was macht man denn so als ZDF-Heute-VR-Sendung, was richtig spannend sein könnte. Und dann haben wir uns überlegt, okay, eines der großen Ereignisse medialen war die Mondlandung. Und wir möchten jetzt die Marslandung machen. Also wir sind in der Zukunft, wir möchten die Marslandung machen. Und so gibt es eine Astronautin, die das komplett außer ihr Gesicht 3D modelliert ist. Und um wiederum vereinfacht arbeiten zu können, haben wir Motion Capturing eingesetzt, aber kein traditionelles optisch basiertes Motion Capturing, sondern sensorbasiertes Motion Capturing. Das kann man sich so vorstellen, als hätte man, also die Handys heutzutage haben ja alle auch schon so Bewegungssensors. Und man kann sich so vorstellen, als wenn jeder dieser roten Punkte ein Handy mit so einem Bewegungssensor ist. Und so kann ich relativ einfach aufnehmen, wie jemand sich bewegt. Da gibt es dann so ein bisschen Probleme, dass die dann irgendwann ungenau werden. Das haben wir dann teilweise mit Algorithmen verbessert, aber vom Grundprinzip hat es funktioniert. Und so hatten wir dann einen Dreh, bei dem wir, jetzt wird es ein bisschen technisch, vier Datenströme aufgenommen haben. Also wir haben zum einmal die Schauspielerin, wurde Motion Captured, also ihre Bewegungen wurden aufgezeichnet. Und das Ganze konnten wir live beim Dreh sehen. Also wir konnten quasi sie in der 3-Szene in diesem Raumschiff, was später digital erstellt wurde, sehen, wie sie sich bewegt und genau gucken, dass die Bewegungen alle stimmen. Dann wurde ihr Gesicht einmal mit Tiefenkameras aufgenommen, dann einmal mit einer 4K-Kamera, um diese Bilder dort drauf zu mappen, um später ihr Gesicht in diesen dreidimensional erstellten Helm zu tracken. Und wir haben dann noch den Joystick aufgenommen, mit dem sie das Raumschiff steuert, damit wir dann später auch die genauen Daten der Raumschiffsteuerung haben. Also alles schon sehr technisch. Trotzdem aber irgendwie auch noch mit kleinem Team und jetzt kein Big Hollywood 200 Milliarden, Millionen Projekt. Hier noch einmal ganz kurz die Techniken, die wir verwendet haben. Ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Da könnte man jetzt über jede dieser Technik zwei Tage reden. Allein VR-Audio wäre irgendwie eine Woche. Es gibt unwahrscheinlich viel hier zu entwickeln und zu entdecken. Vielleicht ganz interessant, wir haben zum Beispiel für den Mars, außerhalb des Raumschiffes, haben wir echte Mars-Fotografien und Daten benutzt, die von der NASA zur Verfügung gestellt wurden. Und die mussten aber auch Algorithmen entzogen werden, sodass sich die Auflösung verändert wird, je nachdem wie nah man an diesem Mars kommt. Also wie man sieht, es gibt so eine Maßnallung, man trifft dann noch auf außerirdische Lebensformen. Es ist alles ein bisschen fiktiv, es soll ja auch Spaß machen. Wie gesagt, das wirkt jetzt gar nicht, es gibt ein riesen Kommunikationsproblem, VR irgendwie in der Gruppe zu zeigen und auf dem Bildschirm und so. Es sieht alles ganz unspektakulär aus. Man muss es wirklich erleben, wir werden die Demo jetzt weiter fertig machen und ich denke Ende des Jahres Dezember nochmal präsentieren in Berlin. Also wer das wirklich mal erleben möchte, der schreibt mir eine E-Mail und dann kriegt er eine Einladung. Weil VR muss man erleben, da kann man eigentlich so schwierig drüber reden und da kann man auch ganz schwierig drüber ein Video zeigen und sagen, so sieht es aus. Also das sieht immer ganz unspektakulär aus. Trotzdem, man soll ja immer etwas sagen, das ist jetzt noch ein bisschen hin, bis ihr das erleben könnt, was ihr erleben könnt und das wollte ich nochmal kurz näher führen. Das ist ein interaktiver Film, der jetzt gerade dieses Jahr rausgekommen ist und wer sonst sagt, ich bin nicht so der Gamer, es interessiert mich nicht so immer rumballern, sollte sich das trotzdem mal angucken, weil das wirklich das ist, wo die Zukunft hingeht. Es ist ein Computerspiel, was ein interaktiver Film ist, was allerdings nicht darauf rumzielt, dass ich da rumlaufe und Leute umringe, sondern was wirklich darauf zielt, dass ich Entscheidungen treffe und die Geschichte beeinflusse. Und es gibt eine Szene, die finde ich sehr stark, ganz am Anfang kann ich ganz kurz erzählen, man sitzt bei einem Psychiater und wird gefragt, wovor man Angst hat. Und das Ganze ist eine Horrorgeschichte und man muss sich vorstellen, man geht zu Stephen King und der fragt einen, wovor hast du Angst und dann schreibt er das Buch direkt für mich. Und genau das ist es. Ich bin in einer Horrorgeschichte und werde gefragt, wovor ich Angst habe und dann wird die Geschichte daraufhin angepasst und das ist, denke ich, die Zukunft. Genau. Hier meine Kontaktdaten. Schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Fragen habt. Ich muss jetzt leider gleich weg. Oder wenn ihr euch die Demo angucken wollt, wenn die fertig ist in Berlin. VR ist eine ganz spannende Sache. Es gab gestern so ein tolles Panel zum Thema, sollten Journalisten programmieren lernen? Genau so könnte man das, sollten die Filmemacher der Zukunft programmieren lernen nennen. Das ganze Erzählen wird immer digitaler, immer mehr über Algorithmen auch laufen. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, sich da zu beschäftigen. Und ich finde es ganz spannend, weil selbst bei dem, was wir machen, ich komme mir immer noch so ein bisschen wie 1900 John the Arc vor, als würden wir Theater abfilmen. Weil auch das, was wir machen, wird in 50 Jahren wahrscheinlich wie so Theater einem vorkommen. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Dann würde ich gerne ganz kurz Fragen stellen, wenn noch Zeit ist. Also hat jemand noch eine Frage oder möchte dazu was anmerken? Gerne da. Da kommt gerade das Mikrofon. Ich glaube, das ist ja doch so eine Grundlautstärke. Ja, danke. Das ist natürlich total spannend, was Sie da präsentiert haben. Aber ich sehe im Moment noch nicht den Konnex zum Dokumentarischen. Also wenn ich jetzt den Schritt zu den Nachrichten gehe und ich schalte in virtuelles Marslandungsstudio, das ist ja Sci-Fi. Also wie kann man das umsetzen für dokumentarische Formate? Ich glaube, dass es da gar keinen Unterschied gibt, weil wenn ich mir dokumentarische Filme heutzutage angucke, dann sind das Spielfilme, die aber eine echte Geschichte erzählen. Aber ästhetisch sind es wie Spielfilme die ganze Machart. Und was ich nachher dort erzähle, ich könnte ja auch eine echte Welt nachbauen und eine echte dokumentarische Geschichte da drinnen erzählen. Ich glaube, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt. Es ist erstmal darum, ein Medium zu finden, was die Stärken in Erzählen hat. Nachher kann ich das, ich kann das für wissen, ich kann, es gibt 30.000 Dokus über Geschichte. Ich könnte mit VR jemand wirklich in die Geschichte schicken. Ich könnte sie, klar geht es immer weiter in diese Richtung inszenierte Dokumentation. Ich weiß, dass manche das nicht mögen. Da wird es weiter hingehen. Es ist nicht, aber es gibt ja auch, ich frage mich dann manchmal auch bei Dokumentationen, wenn sie jetzt nicht so inszeniert sein wollen, dann kann man auch manchmal ein Buch schreiben oder so, was vielleicht wissenschaftlich ist. Es geht schon in die Richtung erleben, aber ob das Thema dann am Ende dokumentarisch ist oder auf echten Sachen beruht oder auf echte Geschichtsvermittlung ist oder fiktiv. Ich glaube, da wird beides und alles möglich sein. Es ist genauso ein dokumentarisches, interessantes Medium. Es gibt da bestimmt Fragen zu, VR ist subjektiv. Es wird kein objektives Medium sein. Das heißt, wenn man sehr, sehr objektiven dokumentarischen Ansatz hat, ist VR vielleicht auch nicht das richtige Medium. Aber es gibt ja auch subjektive dokumentarische Ansätze und da ist VR sehr, sehr mächtig und auch spannend. Ich kriege gerade das Zeichen. Ich glaube, wir müssen abbrechen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ja. Dann sehen wir sie. Dann sehen wir sie. Ja, vielleicht sehen wir sie. Ciao.